okay fast gesehen ja was denn die ist schon wieder nicht die dies wird aus der anstalt entflohen ja stimmt ich sehe es gerade ja toll die wurden weißt du kannst du zu der kindergartentruppe da wieder gehen ich habe das schließlich richtig als ich war richtig gekriegt das ist ein ami warum schreibt der deutsch und bayerischen jetzt schreibt auf englisch ich denke dass wir das wirklich deutsche sind keine ahnung naja da kann ich selber nicht entscheiden ob als deutsch oder englisch ist okay das ist wieder was anderes das ist jetzt nicht verwirrt das ist von vom social club ja wie gesagt mit dem überleben mit dem mit dem ding ist noch dran gerade was die hofschrauber unten betrifft oder vor allen dingen auch ob ich ein wenig ersatz waffen oder man hast du keine munition mehr ich sollte mal sonst noch vor allen dingen auch ich ja 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 so bin ich hier ein spiegel kombiniert gelandet oder was ist das hier ja das sind diese die säulen von dem vor dem maizbank arena was ganz witzig oder das ist nicht wahr der kann ja ja du hast aber auch das problem ist hier keine ansatz waffen keine waffen was kann ersatz kugeln ja okay ich kann da zwar durch schießen aber nicht durchlaufen alles klar du hast mich weil du hast mich kann ich die scheiber nicht ich kapiere das auch nicht so ganz du kannst du schießt aber nicht die schlafen das verstehe ich wobei dinger wurde durchlaufen kannst und dinge wurde nicht durchlaufen kannst also nicht auf dem mann ja 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 jetzt habe ich dich gesagt du kannst du schüttel vervetter durchschießen aber nicht durchlaufen aber an sich ein ganz lustiges level ich frage mich noch mal wo die detail dafür herkriege ich kenne die gar nicht diese scheibendinger doch die kriegst du glaubst du die zusammen wenn du die auch damit sterbt auch der wie das ist nicht wahr ich kann ich nicht töten aber du bist jetzt hab ich dich bei manchen teile sehen aus wie du kannst durchlaufen kannst aber nicht durch ja ja das ist halt genau das hier hier Was? Mr. Spawn, ich lebe mal an dieser einen Ecke hier. Ich hasse die Ecke langsam. Baby. Da hat er sich voll auf mich konzentriert gerade. Du kannst euch nur außen vorbeilaufen. Yvonne! Geben das Seine zwischen Yvonne ihre Beine. Ich kann mich nicht mal dran stellen, okay? Jawoll! Mann, Mann, Mann! Wenn du an bestimmten Punkten festhängst. Was dachte du denn jetzt schon wieder? Ach. Ach. Das ist doch nicht wahr, da in dem Moment, ich hatte die Kugel, du wollte dich schon auf den Kopf drücken und der Moment muss die Latte nach die Olle. Kommst du sofort nach raus? Was? Ich komme jetzt sofort nach rein. Nach dem letzten Moment auf den... noch erwischte. Das ist doch nicht wahr, wieso kann ich sie... Hä? Hä? Bei mir sind die Kugel abgeprallt an der Wand, an der Scheibe. Ich habe kurz vorher auch auf dich geschossen. Ich gehe zurück, ich gehe weg. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Das war's. Das ist nicht wahr, ne? Ich hab noch Glück gehabt, dass ich dich noch gegrischt hab, ey. Jawoll. Gut, die wollen halt auch nichts mehr am Leben. Ich hab keine Waffe mehr. Ist das verwirrend hier? Ja, ja. Ich hab keine Munition mehr, das ist das Problem. Ich kann nichts machen. Ich kann die Scheiße jetzt absetzen. Ja, das war geschenkt. Na, zwei Tage haben wir ihn. Knapp. Aber ein paar Sachen, ich verstehe es nicht. Da steht man hinter der Scheibe, Katze, schießt auf Gegner, passiert nicht. Genau die gleiche Scheibe holt er nicht. Etwas fannsend. Aber die Idee, das ist ganz cool, ja. Habe ich wieder gut dran gekommen, am Ende. Nicht ganz. Fortfahren. Ja, tschüss. Ich gewinnen wir dann mal wenigstens was. So, da kommt man.